Hallösschen Leute und Willkommen zu der Let's Plates, herzlichen Früher, Donald's New World. Im Let's Plates sind wir in die Gende Schlucht gegangen und die Allmacht weiterhin mit und wir machen jetzt die nächste Skit. Food's ready. Is that dark stew surprise? Hooray, it's Dwarven Potluck Surprise. I miss you. This was one of dark specialties. Yeah, this time the prize is a bracelet I made. I'm gonna find it. This is food, right? No, it isn't. Emile, don't end it. No, it's safe. Ah, no, unten in seinen stärkeren Gegenwart, ja. Das brauch ich meine Wi-Mode. Ohne die Gegner auf die zu laufen, mach ich das jetzt. Es geht nämlich, wenn man hier von hier aus... Shit! I broke it! Nein, 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 lass mich bitte in Ruhe. I don't hit you, Eric. Nah, 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 nah. Also, der Block, ah ne, ich kann jetzt hier umlangrennen. So, I'm just escaping. Tschüss. Tschüss. Ähm... Damn. Damit sich die любой fleeinggewirrlé naht. I don't want to fight! Oh nein... Ich bin sicher! Oh nein... Hasi, lass mich auch bitte... O mein Gültes! Ja, voll nicht getroffen! Voll nicht getroffen! Hä? Ich treffe doch da! Jan? Ja! Wenn ich das kein Troll nenne, dann weiß ich auch nicht! Primark Oh, da kommt Indignation! Sieht mir nirgendwo .. Verdrilli, Kloos? Du bist so b- Its einfach nur bei Emile, sonst ging es dazu Und Emi hat grüne Augenhalt. Und er machte damage. Ach ja, jetzt können wir auch kein 1 auf Aua mehr. Das können wir nur als Ratatouff-Mode. Ja, Leute, hör auf zu spammen. Läge Spam. Ich kann nur nicht spammen. Ich kann nur nicht spammen. Okay, wir sind fertig. Also, ich weiß nicht, warum ich das Ding jetzt nicht getroffen habe. Ich habe es genau angewiesen getroffen, schossen. So, next. Nein, Häschen, be good. Du bist ein gutes Häschen. So, ja, du bist ein gutes Häschen. Oh, ja. So, und jetzt gehe ich vorher nochmal hoch, um zu safen. Weil ich habe eben den Safe-Bot nicht genutzt. Oberstes Stockwerk. Und wenn er auf einem Bossfall in den Sterbchen an I will like. I will like. So, und wieder runter. Ab ins dritte Stockwerk. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dann so... So was machte so. Ja, you mad. Ja genau, you're mad. Wie gestern in SV Leech. Da in dem Touchdown, wo ich 4 Scores hatte. Und wie die mir nur noch verarscht haben. Oh ja. Leider ist der Ding sie abgestört. Die auch mal. Ja, aber meine 4 Scores sind halt drin. Die sind so, ja. Ich mein schon, dass die sind. Wenn nicht. Dann wirst du heulen, ne? Ja. Dann wirst du heulen wie Tunneling. Oh. Du kriegst keine Weihnachtsmann. Nein. 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 Ich will nicht zu nah. Ich mach das anders. Tschüss. Nein. Wie ich überhaupt flüchten bin. Ich will da nicht schlagen. Das ist so schlimm da. Ich will nicht zu fangen. So. Jetzt muss ich die Siege der Wurzeln sind offen. Ja, ja. Wie wäre es so, dass du weg bist? Nein. 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 Ich würde mir schlagen. Ja, und ich lache. Wahrscheinlich Dieses Platz sehen أن sie anders aus den anderen planten, die wir� bien gesehen haben. Nein. Warum? Was ist gerade passiert? Was ist ganz klar? Sie sind einfach abgehauen. Ja, ihr habt einen Dade. Wahrscheinlich wieder ein Spoiler. So, und da ich genau weiß, welcher Wurzels nächstes kommt, ich weiß, dass du lieber. Ganz genau, Jan, du weißt auch bestimmt, welcher mich damals so aufkriegt hat hier an diesem Ort. Nein. Die zwei Leute, die man jetzt gleich bekämpfen muss. Oh nein! Yeah! Not that my game. Oh yeah! Jan weiß, wen ich meine, das ist safe, ich lieber. Safe lieber drei oder viermal. Brrr, 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 brrr. Alles safe, Punkte voll. Und jetzt gehen wir unter. Wir gehen auf Knochen. Hm. Appetitlich. Ich würde nicht weitergehen, Jan. Tja, kannst du stehen bleiben, oder? Oh, und also so. Zehn Part später. Okay, ich gehe dann mal. Oh, ich... Es gibt keinen Grund dafür, Alice. Sie zwei sind nur kontrolliert durch die Kraft des Centurions. Siehst du das? Wer sagte etwas über mich zu kontrollieren? Der Kommandor und Dumbodex, vielleicht. Aber ich wusste immer genau, was ich gemacht habe. Was? Ich war perfekt zu sagen, wenn ich dich kämpfli. Weil, nach allem, Mart Mart, ich totalen Sie. Ich liebe dich. Aber... Warum? Du bist so wunderschön. Du bist so leid, aber du musst immer interferieren. Stop es, Vater! Bitte, hilf mir, Ratatask! Really? Du kannst nichts von dir selbst lösen. Du bist so pathetisch, das macht mich verrückt. Vielleicht war das schon früher. Aber... Ich liebe dich, Hypokrates wie du. Ich kann nicht warten, für deine kleine Nose zu schütten, in die schade Wahrheit von dir wirklich bist. Ich weiß, wenn ich mich nahe mit Richter bin, du kommst mir zu mir. Dex... Die ganze Blut-Purge insolten in Palma Costa. Du bist derjenige, der es für das, nicht wahr? Ja. Warum? Selbst wenn du willst, die Leute von Silveroth zu schützen! Wie kannst du das tun? Die einzige, die ich für die, ist Alice. Wenn sie mich gefragt hat, all sie muss machen, ist es sagen. Ich würde meine Liebe für sie für sie, und nicht zurückkehren. Das blick! Also, wir werden in Zeitung ruhig sein, weil am Anfang des Kampfes wird gesprochen. Jetzt, gib auf und sterben. Wie kannst du anderen so schnell schütten? Wie kannst du Morda schütten? Du denkst du, du bist so eine Art, schweizende Armour, Kind? Ich werde dich nicht schütten, Alice. Ich will nicht, ob du dich schütten, Alice. Was macht dich, dass du dich herausfinden, dass du diese Welt in der Welt entlangst, 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 die Welt entlangst, und ich will sie weitergehen, Alice! Ok... Ich glaube ich hab' grad irgendwie das Gespräch angebruchen, ahé, I don't care! Alfa so abgebrochen, Jan. Ja, halt' dich bloß in den Mund. Ich will gar nicht so mal... Oh, guck, den ganzen Schadenwan der gerade aufbekommen hat! Wie viel AP haben die eigentlich? Mal lochen! 54.000 und 82.000, ja, noch Das ist eine schöne Hausnummer, ne? Ja Du brauchst gar nicht erst zu casten Hör auf, du blöde, du Ich hatte irgendwie Monster mal gesehen Hier Martha, nö Ähm, Zitronengummi, hier Ich Ich hab dir gedacht, ich verbiere dir zu zaubern Jan, die versuchte doch bei Runa wieder Ja, normal, ne? Ich versuchte zu casten Ähm Ha Hier Mystic Art No, she's gonna be beaten Also am ersten Mal durch mich hatte ich mehr Probleme, ne, Jan? Ja, du hast Die hat sich so oft geheilt Seelenfrieden, what the fuck Ich treffe schon wieder die beiden Richtig gut Zack Nö Oh, mein Gott, schnell Was zum Au Das wird wehtun Au, au Au, 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 au Die Dominator tötet sich, will You don't say Ich tue das mal die, bevor ich mich heil Ich tue das mal die, bevor ich mich heil Nö, Martha Ich tue das mal die, bevor ich mich heil Nö, Martha und sie, Martha Ja, na, schieß live again Au Hilfe Hör auf damit jetzt Jetzt stirb endlich, Bitch! She died, Jan! Was willst du, Dex? What the fuck did she just do? Uh, ich halte alles hier. You're using too many items! Wie war das mit hier beim Secret Boss Jan? Äh, what the fuck, was was für ein Schaden, Junge? Junge, hör auf! What the hell? Jetzt weiß ich, wo dein Problem lag. Im ersten Mal hat die eine ja noch den immer geheilt. Und ich konnte irgendwie die schon Karsten abbrechen. Now he's gonna be beaten up. Ich finde, ich bin jetzt Schwert cool, das ist geil aus. Ich mache schon eben grad 2000 Schaden. Wie viel Schaden der pro Schlag nimmt. Ja, Leute, aber ich würde sagen, den Kampf führen wir erst im nächsten Part fort. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 tan